Das nehme ich auf. Das, 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 testen wir mal. Die gute Ayaka. Das ist ja cool. Hier sieht aus wie weiß Schnee. Ich will sie haben. Er hat auch einen Einhändler, was ich eigentlich... Ja, dann gucken wir uns mal die Ultras. Oh, nice. Oh. Kamisato-ryu. alles tot. Hier spielt sich auf jeden Fall interessant. W-w-w-w-w-w-w-w-warte mal. Heißt das, ich kann mir jetzt... ...tägliche sowohl als auch... Ich kann jetzt das Kapit bestimmen. Das Heeren gibt es jetzt auch wieder mehr. Drei Stück? Ah, für neue Waffen, für... Uh, Mumichi-Garten. Für ein Artefakt. Hm. Aber ich muss... Ich muss Yakuza noch aufnehmen. Ich muss Yakuza noch aufnehmen. Ich kann mich nicht zusammen hier mit beschäftigen. Die Dailies machen wir aber noch nicht. So... Kranichhof. Erstmal will ich wissen, gibt es hier... Nein, nicht Verlauf. Gibt es hier neue... ...Charaktere? Oder neue Waffen? Scheinbar nicht. Finde ich ein bisschen schade. Was ist denn göttlicher Kurs? verabschieden Sie hin? Was ist ja... ... notch Sterke? Ach so! Hmm, das heißt man kann jetzt... man kann jetzt wählen... ok... Wollen wir mal gucken ob wir... Ayayayayayayayayayata bekommen und ich hoffe früh Ich hoffe wir bekommen sie früh Doch ich gekomm sie auch Es ist ne Fifty Fifty Chance die ist neu die waffe ist neu sowas von neu nenguang werde gold dann brauche ich mir keine sorgen zu machen dass ich vielleicht dings nicht bekomme was höre ich denn damit ich habe kein glück ich werde es nur mit der letzten zehn erziehung ziehen diese charaktere sind mir auch noch so egal ich kriege auch noch richtigen yes da ist kamisato ayaka das heißt die die ich wirklich haben will ich du musst mir mehr glück wünschen für die nächsten für den nächsten bahn hat den nach wir haben ja ein 20 tage zeit also die 26 dinger behalte ich obwohl ich habe keine yanfei gezogen die das ist keiner die wie die Du würdest doch Yuki nicht die Pfoten abschneiden. So, hier hole ich mir auch noch mal drei Stück. Ach, in zehn Tagen kann ich da ja auch noch mal. Oh, was haben wir denn? Das ist ein neues Material. Komm, wir wollen ja jetzt so langsam in das neue Gebiet Segel setzen. Kann man das Gebiet hier sehen? Ja, hier unten. Oh, gut, die haben das wirklich so eingebaut. Hier unten ist es. Hier unten ist es, das neue Gebiet. Ich bin froh, dass sie das wirklich hier auf die Karte eingebaut haben. Aber groß ist es nicht, obwohl Mondstadt, Liwe, die Gebiete sind ja auch nicht so groß, oder? Ja. Umgerechnet gesehen. Also hier Liwe und so. Das hier ist Mondstadt. Gerade Mondstadt ist ziemlich klein. Und hier unten? Dieser Fleck dann? Ja, ich denke schon, dass das nicht ganz so... Ja. Wow, schickst du mir komplett. Alles klar. Was habe ich denn hier jetzt bei Fragezeichen? Handbuch, oder? Handbuch ist Schlafzeichen, oder? Einführung. Was? Lila Blitze? Was? Lila Blitze? Oh, ich freue mich schon hier. Die will ich haben. Und ganz ehrlich, wenn ich sie nicht bekomme, am letzten Tag, zahle ich vielleicht sogar ein bisschen was. Ohne Scheiß. Ich denke mal, selbst wenn ich sie bis zum letzten Tag nicht bekomme, das wird nicht teuer. Ja. Aber... Ich weiß nicht. Dieser Charakter hat was. Ich mag das Design. Joaimia. Wir lernen die Charaktere noch kennen, aber die Charaktere lernen wir erst... Freitag kennen. So richtig. Weil... Naja, vielleicht kommt sie hier jetzt schon vor, aber... die rote Sabre? Ja, hat so ein bisschen was von Sabre, ne? Aber... Sabre ist... Zählen wir was über die Reise nach Rinozuma. Und Dark, am Wochenende können wir ja wieder ähm... Raiden. Hast du Final Fantasy 14 noch was gemacht? Oder hast du dich lieber geprügelt erst mal? Ja. Ich hätte nicht kommen sollen. Unruhe sehr gut. Das Titelverkirchen hat никак entstanden. Seine Frage muss aber nur noch zählen. Ich auch für mich. Ihr Schwerst photocatier. Ich habe mich damit zu한 Denkungen. Ich werde mich jetzt schnell spüren. Und natürlich war es auch gegenswert. Inine Frau, das ist das Schwerst. Es wäre das so schwierig. Das war's für heute. Ich weiß nicht, dass ich jeden Tag verabschiedet habe. Das war doch so klar. Ich wusste es doch. Warte mal, heißt das das, diese Catherine? Ja, der Nier Raid kommt erst im Shadowbringers Endgame vor, das stimmt. Ja, das Update, was jetzt letztens kam, wird ja dich weniger betreffen, weil du noch nicht im Endgame bist. Ich glaube, die haben da sehr viel auch gemacht, was die Endgame-Sachen verbessert. Wie zum Beispiel jetzt, dass man den Nier Raid nicht mehr... Ich habe ja eigentlich gedacht, das passiert erst, wenn der neue Raid kommt oder wenn das Add-on da ist, dass die das dann machen. Aber dass die es jetzt schon machen... Wieso zweieinhalb Tage? Hä? Ach so, weil... Weil du den Nier Raid machen willst. Ja, wir machen ja die anderen Raids noch. Alles... ...ne seiner Zeit. Hey, du! Ich hab dich vermisst! Ach nee, du bist ja... Warum ist die da? Oh, hier gibt's doch immer diese... Oh, hier gibt's doch immer diese... Ja, da... Oh, ob's dort Blitzschmetterlinge gibt? Kann ich ja noch mehr farmen. Oh, wie cool. Äh, wo ist der andere? Ja, da verstehe ich mich. Hey! Nein! Er ist weg wahrscheinlich. Ach verdammt, ich hätte meine Level-Ups für Ayaka aufheben sollen. Aber ich bin froh, auf Kazuya verzichtet zu haben. Ich brauche ja nicht jeden Charakter, den es in diesem Spiel gibt. Nein! Tja... Ja! Du bist doch in Ruhe! Au! Das tut weh! Sagt sogar Keqing! Ich habe wirklich meine Level-Dinger nicht einfach so verbraten sollen. Gibt es eigentlich kein Event? Wahrscheinlich nicht. Hochstufen. Erstmal die Waffe, komm. Wir haben viel, viel geilere Waffen für dich. Such dir was aus, Ayaka. Aber wo das sieht auch? Schwert der Verderbnis? Ich glaube eher weniger. Ich muss mal eben kurz gucken, welches Schwert für Ayaka. Ein Godzilla-Stoff-Tier? Gibt es sowas überhaupt? Ich glaube nicht. Ach ja, Dark. Ich habe jetzt übrigens auch den roten Panda. Ich brauchte dafür nicht mal Geld zahlen. Ja, bei mir ist er gedroppt. Ich mache ja immer diese Dailies. Also ich mache ja immer diese Stufenaufstieg für diese Kristalle und da hatten wir halt Netz der Drachen. Und da war er in der Kiste drin und ich habe es bekommen. Ich hatte schon überlegt, ihn zu verkaufen, weil 100.000 ist nicht wenig, aber... So, ich gucke mir jetzt mal so ein Bild von der an. Hier gibt es noch keins, oder wie? Das ist doch, was ist das, was ich denke. Aber ganz einfach muss ich mal ganz klar. Ich hoffe, ich schmeiß mir, dass einer Weise beschwi Bey einfach nicht wieder. So, ich liebe euch ja nachdenken, wenn es könnte. Oh! Oh! Wow! Ich weiß halt noch nicht, was gut für Ayaka ist. Ich weiß nicht, was ich nicht. Ich muss mal eben was nachgucken. Ach, das Schwert ist ja wirklich hier. Ich hätte gern das. Das ist mega cool. Ich bin sehr schnell. Ich nehme Mona. Kann ich mit der da rüber schwimmen oder seufzt sie ab? In Final Fantasy 14, wo die halbe Million gilt, welche zwei Charsas sind Tekken mit Outfits ausgestattet? Lass mich raten, einmal Lily und wen noch? Toll, einmal im Wasser kann sie diesen Dash nicht machen, schade. Ich habe den Kämpfer gesehen, egal. Ich habe den Kämpfer gesehen. Ich habe den Kämpfer gesehen. Ich habe den Kämpfer gesehen. Ich bin jetzt fertig, dass die Reise fertig sind. Dann haben wir auch die Leute zusammengefahren. Sobald wir in den Räuel befinden, und in der永遠 gegründet werden, und wir werden mit der Reise zurückkommen. Gehen wir! Was ist das? Hahahaha Ah Oh 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 Waaaa Oh Uh Yaa Oh es ist bestimmt jemand den man später auch sie nicht bekommen kann ich meine schongerinnen schugzig ist und die Er ist Toma. Er ist ein sehr guter Freund. Hey, ich werde mich immer noch freuen, dass wir uns immer noch zu treffen. Toma, diese beiden sind nicht mehr zufrieden. Ich habe keine Ahnung, dass ich mich nicht mehr zu treffen kann. Ich habe mich sofort in die Hände gehört. Du sagst das sehr glücklich, was du sagst. Ja, du hast geholfen. Untertitelung im Auftrag des ZDF für funk Ich bin froh, dass sie auch endlich mal Beidou in die Story reingedracht haben. Einmal in der Anwesendung, ich mache die Entscheidung zuerst. Hey, wer ist mit der Herr-Lieb-Häuse? Ich habe schon gesagt, das war er! Hahaha. Habe, lass mich nicht zu den Kugel-Legend-Flex. Ich kann nicht aus-einander nacheinander aus-einander aus-einander nacheinander 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 nacheinander. Deswegen ist das so, dass ich mich um die Kugel zu halten und mich um die Kugel zu halten. Wir sind endlich da! Aber ich wollte ja Ayaka noch eine Waffe geben. Ah, das ist wenigstens eine, mit der sie was anfangen kann. Und zwar... Ich hab auch ein paar Artefakte ges... Obwohl, nee, ich glaub die hab ich schon längst wieder verbraucht. Ich glaube bei der muss ich auf jeden Fall... Mal gucken, was ich... was ich mit... Verbesser. Oh, hier ist noch ein Guide. Schwerter Niedergrund, schwarzer Schwerter Verderbnis... Schwerter Verderbnis... Oke, abh ... Ich recommandere... Abh Silence... Um, auf eine Bedeugreise ... Erhöht den mit Eleventarfähigkeiten verursachten Schaden. Das ist auch nicht so geil jetzt. Das ist auch nicht so geil jetzt. Ich glaube für Silv bastle ich mir ein neues Schwert, denn ich lese auch, dass es halt ein neues Schwertengift. Schön. So. 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 So.